Hallo, in diesem Video zeige ich euch die neue Funktion Scrollen bis zur Spur in ProTools 12.8.2. Da Sessions immer größer und komplexer werden, auch durch den Bedarf an immer flexibleren ProTools Audio- und Editing-Funktionalitäten und weniger Zeit zur Bearbeitung von Projekten da ist, wird es immer schwieriger, sich die Position einer Spur durch deren Spurnummer zu merken. Scrollen bis zur Spur kann nicht nur zur Nummer scrollen, sondern nutzt nun auch den Spurnamen, um die Spur im Edit- oder Mix-Fenster anzuzeigen. Um das Dialogfenster zu öffnen, drücke Command, Option und F auf dem Mac oder Ctrl, Alt und F auf dem PC und gib die ersten Buchstaben der Spur ein, die du suchst. Dies vervollständigt automatisch den Spurnamen, nun drücke Enter. Diese Spur wird selektiert und dir in der Timeline oder im Mix-Fenster angezeigt, falls sie noch nicht zu sehen war. Falls es mehrere Suchergebnisse gibt, nutze die Pfeiltasten, um eine andere Spur auszuwählen oder verfeinere die Autovervollständigung, indem du weitere Buchstaben eintippst. Für mehr Informationen hierüber und andere neue Funktionen, gehe auf avidblogs.com. . . . Vielen Dank.